Hi, ich bin Lilly, ich bin die Freundin von Nico. Okay, hi. Warum hast du dich von Kevin getrennt? Ganz ehrlich, wenn es wegen mir ist, dann müssen wir darüber reden. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich brauche einen ganz starken Kaffee. Ganz kurz. Käse haben wir noch genug. Leute, ist hier sonst noch irgendjemand aus euch? Wer meinst du? Ich glaube nicht. Nico vielleicht. Da ist Nico hier. Sollst du nicht eigentlich wissen, wo Nico gerade ist? Das ist ja davon dein Interesse. Lea ist zwar gerade nicht hier, weil sie einen Termin hat, aber sie hat mir erzählt, dass gestern Abend ziemlich heiß zwischen dir und Nico geworden ist, als du ihm gesagt hast, dass du ihn verliebt bist. Mal erzählen. Was war los? Wir wollen alles wissen. Schön wär's. Jetzt raus mit der Sprache. Ich brauche erst mal einen Kaffee. Ja, wieso? Das Ding ist so, dass Nico dort geschehen ist. Hi. Hey. Hi, ich bin Lilly. Ich bin die Freundin von Nico. Okay. Hi. Hi. Sorry, dass ich hier jetzt plötzlich auftauche, aber gestern Abend war es schon ein bisschen zu spät, um euch allen noch alles zu sagen. Egal. Lieber später als nie. Dafür jetzt. Hi. Hi. Marco, Olli. Hi. Freut mich, Leonie. Ah, hi. Wollt ihr mitfrühstücken? Wir haben gerade einen Tisch gedeckt. Ja, stimmt. Wir haben Plätze für alle. Gerne. Cool. Ja. Leute, ganz ehrlich, ich bin hier auch gerade schon so unfreundlich reingeplatzt. Ich glaube, ich lasse mal eine Runde Brötchen springen für alle. Was wollt ihr? Wollt ihr irgendwas Bestimmtes? Einfach gemischt, würde ich sagen. Gemischt, ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Okay, super. Danke, ist lieb von dir. Gerne. Du kommst mit, du musst zahlen. Okay, ja dann, bis nachher. Bis gleich. Bis nachher. Ciao. Leo, haben wir was verpasst? Ich möchte ja auch gerade irgendwie... Seine Freundin zocken. Wow. Ich verstehe ja gar nichts mehr. Wer ist das? Lilly, das ist los. Brauche ich noch irgendwelche Fragen? Wann von der Server offensichtlich, was gestern passiert ist? Kann mir jemand schon mal einen Kaffee machen? Ich gucke uns mal ab. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Nein. Wir machen ja einen, ja. Und da ist Wasser drin und da kann man einfach reingehen? Ja klar, das funktioniert. Echt? Flubberblasen gibt es da auch, kannst einschalten. LLD-Lichter auch. Und das ist warm? Warm, kalt, wie du machst. Oh mein Gott. Wir müssen das aber beim nächsten Mal ausprobieren, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Du, das war echt schön mit dir. Wir haben jetzt den Termin, wir müssen los. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke nochmal, wie gesagt, für die Brötchen. Danke auch. Ja, danke für die Gastfreundschaft. Ciao. Ciao. Oh Gott, sorry. Oh, sorry. Hi. Ich wollte nochmal sagen, ey, die WG, die ist mega schön. Und die Leute hier, die sind so cool. Oh mein Gott. Kann ich dir noch irgendwas helfen oder so? Nein. Das ist quasi schon fertig. Ja. Okay, gut. Oh. Einen Moment. Ja? Jetzt? Geht das nicht auch heute Nachmittag oder so? Ja, klar will ich die Couch, aber... Ja. Okay, eine Sekunde. Ich habe eine kleine Frage an dich und zwar habe ich da eine mega coole Couch gefunden. Die ist umsonst, aber ich müsste sie sofort abholen. Und Nico ist ja jetzt beim Zahnarzt und du hast ja gesagt, dass du heute den ganzen Tag frei hast. Geht das vielleicht? Das Blöde ist, ich habe mir jetzt gerade eben was vorgenommen. Sorry. Aber vielleicht ganz kurz bei dir ist auch ganz, ganz, ganz leicht und klein und superschön. Bitte? Okay, ich mache es bei dir, kann man irgendwie sowieso nicht mehr sagen. Danke schön. Danke schön. Okay, ich gehe jetzt ganz kurz meine Sachen holen und dann gehen wir los. Ähm, ja, sind sie noch da? Ja? Okay, eine Freundin und ich sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Ja, wir sind sofort da. Okay, tschüss. Bis gleich. Dankeschön. Geil. Jetzt gehe ich wirklich mit der Freundin von dem Typen, dem ich gestern noch meine Gefühle offenbaren wollte in der Couch abholen. Wow. Oh wirklich, sorry, sorry, sorry nochmal. In der Anzeige stand echt, die ist super leicht und daher gut ohne Auto mitzunehmen. Aber irgendwie ist das nicht so die Realität hier. Oh Gott, sollen wir mal kurz abstellen? Ja bitte kurz. Ich habe eine super Idee. Du wartest hier, wir machen jetzt eine kleine Pause und ich bin sofort wieder da, okay? Äh. Ja? Okay. Ja, was? Echt jetzt? Ich schleppe diese stinkende Couch mit der Freundin von dem Typen, in den ich eigentlich verknallt bin und jetzt lässt sie mich einfach stehen? Wo warst du? Ja, ich habe uns was mitgebracht, Überraschung. Wir werden jetzt diese zwei kühlen Bier genau hier auf dieser stinkenden Couch genießen. Hier. Komm. Okay. Guck mal, wenn wir schon mit einer Sitzgelegenheit unterwegs sind, wieso sollte man dann nicht kurz die Gelegenheit nutzen, die schöne Aussicht genießen mit zwei kühlen Couch? Ist doch gut. Ist doch gut. Ist auch mega schön hier, oder? Ja, total. Das Ding ist, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass das Leben viel zu kurz ist. Deswegen sollte man aus jeder Situation immer das Beste rausholen und ich finde, das machen wir jetzt gerade. Ich finde es mega schön. Deswegen würde ich sagen, Prost. Prost. Auf die Liebe, die Gesundheit und ganz viel Spaß. Okay, Prost. Es ist doch ein gemütliches Wohnzimmer hier, was wir uns eingerichtet haben. Wirklich? Ich schwöre, die Anzeige klang super gut. Das hast du eben schon mal, Fräulein. Aber das ist die Wahrheit. Die Couch sieht aus. Hast du dir immer die ganzen Flecken hier drauf angeguckt? Ich will gar nicht wissen, woher die stammen. Vor allem nicht die weißen Flecken. Oh Gott. Ja, ich auch nicht. Oh Gott. Oh nein. Meine Reaktionszeit. Okay. Ich glaube, unsere Sachen sind eh Dreck. Man, diese stickende Couch, die hätte ich halt auch eigentlich echt nicht gebraucht. Aber ich bin ja jetzt in eine neue Mini-Buda gezogen. Und da hat meine alte Couch nicht reingefasst. Ach so, also du wohnst gar nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung mit Nico? Nee. Nee, vor der Trennung vor zwei Monaten hatte ich überlegt, ich kann die Wohnung vielleicht auch alleine stemmen. Aber dem war nicht so. Ja. Und deswegen, das Ding ist, diese Wohnung hat natürlich auch, da hat mich alles immer an Nico erinnert. Und deswegen, ja, bin ich dann raus. Aber hätte ich geahnt, dass wir jetzt wieder zusammen sind, hätte ich die natürlich niemals aufgegeben. Naja, weiß man ja nicht vorher, ne? Ey, aber ich bin so glücklich, dass wir wieder zusammen sind. Oh mein Gott, das ist so toll. Und ich bin auch echt froh, dass er so tolle neue Freunde gefunden hat und vor allem ganz besonders dich. Dich finde ich super toll. Und ich finde es auch mega schön, dass ihr jetzt beide Tanzpartner seid. Bei uns, ich war ja seine vorherige Tanzpartnerin, das ging nie gut. Wie, das ging nie gut, warum? Ja, die Anziehung zwischen uns, weißt du, wir haben alles andere gemacht, außer tanzen. Okay, ich kann es mir vorstellen. Aber erzähl mal, Nico hat erzählt, dass du auch einen Freund hast, wie ist es da so? Tell me the gossip. Oh, warte mal. Oh. Was denn? Mein Hintern juckt. Merkst du es auch? Ja. Boah, da sind bestimmt Milben oder irgendwas drin. Oh. Okay, ich fühle mich überall gerade. Okay, warte. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt hier ein für alle Mal einen Zettel dran zu verschenken. Und dann sind wir die Sache los. Sehr gute Idee. Hast du noch mein Notizding mit? Alter, du hast die Kolperspannung von einem gekochten Spaghetti. Ja, was soll ich denn machen? Ja, einfach Gleichgewicht halten. Ach, weißt du was? Ist auch nicht. Ja, ist auch egal. Du, weißt du, was ich da richtig krass finde? Ist das alles, was bei Leonie abgeht. Ich meine, sie finden jemanden gut und was passiert? Sie erwischt diesen Kerl mit einem anderen. Du weißt schon, Nico und Lilly. Ich weiß. Und er sagt, ob das nicht genug wäre. Sie machen noch Schluss mit Kevin. Aber ehrlich gesagt, ich finde, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Weil die Beziehung hat sich nur unglücklich gemacht. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, Kevin braucht ein bisschen mehr Zeit, um von Zoe so richtig hinweg zu kommen. Weißt du, ich glaube, du hast recht da. Hey Leute. Ich sehe es genug. Was geht? Hey, warst du die ganze Zeit schon da? Sorry, ich habe gerade gehört, Kevin und Leonie haben sich getrennt. Ja. Darf ich fragen, wieso? Na ja, es hat einfach nicht gepasst mit den beiden. Also, es sollte irgendwie nicht sein. Ja, du, weißt du was? Die Gründe kennen wir gar nicht. Aber auf jeden Fall ist Leo jetzt Single. Auf dem Markt, weißt du, wieder zu haben. Und sie war noch nie offener für was Neues. Ja, super. Habt ihr vielleicht Lilly gesehen? Ja, also, Leo hat mir geschrieben, sie ist mit Leonie, also Lilly und Leonie sind an der Couch abholen gegangen. Okay. Ja, wie auch immer. So, ich muss mal ins Bad, weißt du ja, beim Zahnarzt den Mund ausspülen und so. Brauchst du Schmerztabletten oder so? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich muss nur kurz meinen Mund ausspülen, ne? Okay. Okay, cool. Bis gleich. Alles klar. Bis gleich. Was? Leonie hat sich von Kevin getrennt? Hat sie sich etwa meinetwegen von Kevin getrennt? Wir werden so ein heftig in den Bus gekettet und nur so ein Armer. So was man sagt. Und vor allem auch sogar in den Fingern und wenn mit den Fingern nackt. Und meine Nägel. Oh Mann. Aber vielen Dank, dass du dabei warst. Hey. Hola. Hello. Hallo. Schick aus. Was seid ihr noch? Gut seht ihr aus. Pass auf, guck mal was ich heute bei der Arbeit bekommen habe von unserem Lieferanten. Das ist eine Promokiste mit ganz vielen Wodka-Sorten und dieser Stoff hier ist einfach nur Premium. Premium. Deswegen würde ich sagen, beste Gelegenheit um eine Cocktail-Party zu starten. Ja. Alles klar. Hey. Schatzi. Wie geht's? Wie war's beim Zahnarzt? Ja gut. Ein bisschen Geburt. Alles gut. Jetzt gleich ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte euch auch gerne was mixen. Habt ihr Bock? Cocktail-Party? Yes. Ich bin raus. Ich hab volle Kopfschmerzen. Wodka betäubt. Leonie, du kannst heute nicht weg. Du bist heute dabei, wenn wir Party machen. Weißt du auch wieso? Weil wenn du heute dabei bist, dann werde ich dir morgen das beste Katerfrühstück dieser Welt servieren. Safe. Außerdem, wir hatten so einen schönen Tag, dann kannst du doch nicht jetzt schon abhauen. Du bist heute dabei. Na gut. Yes. Sehr gut. Oh, sorry. Yes, Leonie ist dabei. Ja, die ist dabei. Aber warte, wir haben irgendwas verpasst. Was ist passiert? Ja, wir hatten schon einen lustigen Tag. Wir können uns ab jetzt Möbelpacker nennen. Ja. Willst du anfangen zu jetzt? Ja, wir fangen an. Also das Ding ist, ich hatte eine mega geile Couch in der Annonce gesehen. Und dachte mir so, bäm, die ist auch noch kostenlos. Nehme ich mit. Nico war nicht da. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn diese Blicke gerade von Nico? In was für einer Nummer stecke ich hier bitte gerade? Jetzt mag ich Lilly auch noch total gerne. Das ist alles ein scheiß Albtraum. Nico macht mich einfach gerade unnormal nervös. Und wie machst du eigentlich deine Locken und wie oft wäschst du die? Ich versuch es tatsächlich nicht so oft zu waschen, weil ich brauche tausend Jahre, bis sie trocken sind. Ich auch. Aber sonst eigentlich nur mit Lockenschaum. Aber du wahrscheinlich auch, oder? Ja, safe. Das ist auch voll schön. Dankeschön. Ja, Schutzi, du hast nicht so viel mit Locken am Hut, ne? Wirklich? Eigentlich gar nicht, oder? Eigentlich gar nicht. Aber belangelst du dich ein bisschen? Naja, alles gut. Ja? Alles gut? Leute, ich glaube ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Ich darf ich auch, deshalb gehe ich mal kurz ins Bad. Juni. Warum hast du dich von Kevin getrennt? Ganz ehrlich, wenn es wegen mir ist, dann müssen wir darüber reden. Okay. Ah, ich habe mich gefunden. Was tuschelt ihr denn da? Wir tuschen gar nichts. Wir haben wegen den nächsten Tanzstunden alles besprochen. Aber es ist alles geclashed. Ich weiß Bescheid. Ich bin motiviert. Und ich muss mal kurz... Ja, ich habe dir einen mega geilen Drink gemixt. Komm mal hin. Okay. So, hier ist er. Der ist mit ganz viel Liebe gemacht. Aber, ja. Schmeckt mega lecker, aber ist auch ein bisschen stark. Scheiße. Oh! Oh! Der wollte gleich den Oma sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Nein, nein, nein. Hör nicht auf die Jungs. Lass mich mal lecker probieren. Prost. Prost. Der ist echt gut, der Wodka, muss ich sagen. Guck mal, ich kann dieses ganze Rumgefummel gerade gar nicht ab, okay? Lass einfach gut sein. Könntest du mir mal sagen, was mit dir los ist eigentlich? Außerdem, ich habe den mit Liebe gemacht. Wieso äckst du den jetzt einfach? Nix ist los. Alles gut. Nur ich kann dieses Rumgefummel im Gesicht einfach nicht ab. Okay? Alles gut. Aber mit Leo kannst du das ab, oder was? Fängt sich schon wieder damit an. Hör doch auf mit deinen Eifersust-Scheiße. Mit Leo ist auch nix, sondern wir haben uns einfach über den Tanzkurs unterhalten. Das war's. Okay? Nico, ich habe es gemerkt. Ich habe heute Morgen schon gemerkt, dass du komisch warst. Ich habe extra nichts gesagt, aber das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Okay, guck mal. Ist alles gut. Okay? Wenn was ist, dann liegt es einfach nur daran. Ich war beim Zahnarzt. Und mir tut mein ganzes Gesicht noch weh. Und dann fummelst du daran rum. Das stört einfach, okay? Okay. Das tut mir leid. Dann ganz viele Küsse von Weitem. Aber ganz ehrlich, das hättest du auch sagen können, dass es dir weh tut. Ja, ich wollte mich einfach nicht so anstellen. Deswegen. Okay? Ganz ehrlich, Nico. Mir fallen da gerade noch ganz, ganz viele andere Stellen ein, die man auch zum Beispiel küssen könnte, wo es nicht weh tut. Aber dann wird es auch ganz, ganz schnell viel wieder besser. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch langsam ein bisschen fertig. Ich bin wirklich müde. Und mein Cocktail hat mich echt umgehauen. Der ist gut, oder? Der ist gut. Aber ich glaube, wir sollten langsam ins Bett, oder? Ja. Ja. Wenn du das nicht sagst. Ah! Oh, ein Schmerz! Das funktioniert nicht mehr. Das mit uns beiden, ich, wie soll ich sagen, ich hab, ich hab nicht genügend Gefühle für dich, dass es so weiterlaufen kann und dass wir Leben aneinander vorbei leben. Hey, Leighlin, was geht's denn? Auch privat würden die einen mega Paar machen, oder nicht? Hm? Oh, fuck. Äh, sorry. Allmählich kommt es mir so vor, dass du mich immer genau in solchen Situationen erwischst, wo ich zufällig gerade abgab bin.